Ja, dann gehen wir das ganze Thema mal praktisch an. Wir gehen dazu auf die Seite sqlwarein.org. Wir sehen hier, die Webseite sind in drei Bereiche unterteilt. Schauen wir uns erst mal die Dokumentation an. In der Dokumentation ist der Editor erklärt, wie das Ganze funktioniert, wie das aufgebaut ist. Dann haben wir das Autorenwerkzeug. Im Autorenwerkzeug ist es möglich, selber Datenbanken beispielsweise zu erstellen. Und bei den SQL-Befehlen sind die Befehle aufgeschlüsselt, die hier auf der Webseite möglich sind. Und zwar entsprechend dann, wie sie aussehen, was sie genau machen und als Beispiel, wie so ein Ergebnis dann aus einer Abfrage beispielsweise aussieht. Hier können wir immer zurück wechseln und schauen uns das Autorenwerkzeug an. Das sieht so aus. Also hier in dem Bereich kann man dann selber eine Datenbank erstellen und dazu auch entsprechend auch Aufgaben, Filteraufgaben sich ausdenken. Das ist aber mehr so ein Werkzeug für die Lehrer dann. Dann gehen wir wieder zurück und jetzt gehen wir in den Editor. Der Editor ist ähnlich wie Scratch aufgebaut. Das heißt, die Befehle sind hier als Blöcke vorhanden. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann habe ich diesen Befehl hier drinnen und muss den Befehl praktisch hier nicht in den Editor reinschreiben. Auf der rechten Seite sehen wir dann noch so Registerkarten. Also hier, wenn man zum Beispiel dann irgendwas abfragt, dann hat man hier die Ergebnisansicht. Dann ist hier nochmal die Aufgabe. Wenn eine Aufgabe überhaupt miteinander verknüpft ist, dann das Schema der Datenbank. Und hier haben wir noch einen Formularbereich. Ja, und dann legen wir gleich los. Ja, und dann machen wir das.